Und nahtlos wird weiter aufgenommen. Ich bin gerade in Laune, wenn ich auch ein bisschen müde bin. Trotzdem will ich weiterfahren und beende den Anfang der 150er Serie mit Rosalina, glaube ich. Das freut mich riesig. Und den Bowser-Ball. Darauf bin ich schon eingeschossen. Und der Spezial-Fall. Das wird lustig im Regenbogen-Boulevard. Ja. Rainbow Road. Staub-trockene Wüste. Ja. Das ist schon ein ganz anderes Fahrgefühl. Mein Gott. Wie habe ich das eben vermisst? Ziel genau auf mich. Wie der Mario da vorne. Werde da gar nicht hin. Ich geh da hin. Rüber. Ach, ist das schön zu linken. Super. Nicht erwischt. Weee. Der Fenster-Sieken-Keks-Fall. He he. Oh, der sieht gleich viel besser fahren. Super Kurvenlage. Bowser-Bike ist echt geil. Baby Peach und Bowser sind reingefahren in meine Items. Okay, nochmal durch die Mitte. Ich glaube schon, ja. Ach, so nicht. Mann. 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 Ich komm gar nicht hoch. Boah, ich werd nicht mehr, ey, scheiß Dreck. Ne, knick mal, knurren trocken. So schöner Vorsprung, wie das Wichtige macht sich so'n scheiß blöden Blitzel. Mondblickstraße. Noch so'n Scheiß, na gut. Wie hab ich diese Strecken schon auf 165 gehast? Wo man gegen die Autos fahren musste. Oh, das ist so angekotzt. Ich fahr grad die Biene besoffen. Oh, Scheiße. Ich merke gleich um einiges, dass er um einiges schneller ist als früher. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, nö, nö. Nö, nö, nö. Nö, 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 nö. Das Gute ist, hier können die Autos nicht mehr überfahren von hinten, wenn man mal fährt. Das kann nämlich beim 50er gut passieren. Oh, komm Rosalina, nein, wer legt deine Banane hin, welcher Idiot? War das der Müller ab oder was? Der Donkey hat's auch verwischt. Werde ich schon wieder verarscht? Keine Item gekriegt, Gott. Boah shit, was war das gerade? Ein Anschlag auf mich. Ich bin immer nur Erster, das kann gar nicht sein. Meine Fresse, das war echt hart. Donkey Siebter, der war wohl hinter mir. Genauso wie Yoshi, der ist nächster geworden. Baby Mario ist jetzt hinter mir. Zehn Punkte Abstand, ja. Geht. Kann man mitleben. Noch so'n Scheiß. Naja. Bapp, 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 bapp. So, wie soll die Geist nicht werden, ne? Nee, 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 nee. Wäre es aber auch nicht. Ich höre das böde Baby hinter mir. Wahee! Hey, wir machen jetzt erwischt. Ich weiß zwar nicht, was sind wir erwischt oder was hat denn wir erwischt? Keine Luma. Ich weiß nicht, ob ich mal Mario Galaxy spielen werde, weil ich es noch nie weit gespielt habe. Es ist fast ein Blind für mich. Es ist ein Blind, kann man sagen. Ich will eigentlich erstmal die Spiele machen, die ich kenne. So ich sagen kann, ich hab sie schon mal durch. Wieso macht er das immer gerade überm Feuer? Ich wollte mich damit richtig ärgern. Was hat der dagegen, dass eine Frau so gut fahren kann? Was ist daran so schlimm? Was ist daran so schlimm? Oh no. Was ist, wie der erste war? Wie komplett sind? Ich hab nicht viel gesehen eben. Oh man, ey. Langsam wird's langweilig, ne? Siehst du schon. Der nächste Banane wird verschenkt. Ich hab wieder auf die behinderte Idee, den Blitz abzulassen. Ich hab nicht gerade bewiesen. Oh! Wow, scheiße! Bin ich besoffen, oder was? Sind meine Rosalina ein bisschen zu viel Speed drauf? Nein, nein! Nicht jetzt! Mann, scheiße! Ah! Drei Sekunden! Ich fand, das war mehr! Aber naja, man kann sich doch täuschen! Donkey ist ja dritter! Wow! Das ist aber ein Affe auf dem Treppchen, vielleicht bleibt er da auch, wenn er Glück hat! Schön! Gebt Gas der Rosalina! Nein! Nichts darunter! Nein! Scheiße! Boah! Meine Frise wird das gemacht! Hey! Ich werde den Spiegelmodus nicht fahren! Ich habe keinen Bock, mich aufzuregen! Dann verkosten wir halt acht Fahrer! Scheiße auf! So wird die letzte Reihe halt nicht viel fahren! Bleiben die halt über! Egal! Ja, das tue ich mir nicht an! Ich bin ja nicht Lebensmühle! Ja! 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 Ich habe ja dann gleich wieder zu Nichte gemacht! So einen Scheiß! Baby Mario hat offensichtlich eine Wolke! Denke ich mal! Nee, nee, nee! Eine kleine süße Lunge! Boah, Schweinehaut! Oh, ich habe böse meine Probleme mit der Steuerung! Warte! Dass ich ein paar Mal so eng am Abgrund bin! Das ist normal! Das finde ich! Eigentlich müsste das, wo Berlinas Heimstrecke sein will! Im All! Da ist sie ja! Da kommt sie ja auch her! Und der kleine Luma auch! Der fühlt sich hier bestimmt wohl! Mit den ganzen Sternen-Dunnel! Ich bin so unsicher, ey! Das war ja immer optimal! Das war ja immer optimal! Ich bin so sicher! Ich bin so sicher! Ich bin so sicher! Wer meint immer da hinten irgendwie Scheiße bauen zu müssen! Nur weil derjenige nicht fahren kann! Der ist das an uns aus! Die, die fahren können! Die gute Rosalina fährt auf dem bösen Bowser-Bike! Das passt nicht! Ich bin so sicher! Ich bin so sicher! Ich bin so sicher! Witziger! Du wirst meinen Vorsprung! Ja! Dann wir gewinnen! Wir haben eh nicht mal einen Affen auf dem Podest, das wollen wir doch mal feiern, ey. Donkey Kong! Wir haben eh gerade irgendwie einen Donkey Kong Fieber. Meine Mom hat jetzt, wir haben wieder einen Super Nintendo gefunden und haben jetzt Donkey Kong Country. Und sie spielt da öfter mit. Und ich halt Donkey Kong Country Returns. Also von daher. Und wieder Knochen-Bowser. Mann, Mann, Mann. Wie Donkey sich freut. Da-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam-dam. Drei Sterne! Das eben war A-Rang, jetzt ist ein Stern-Rang, super. Das freut mich ja richtig. Yo, Leute, ich verabschiede mich hier mit Part 14 von, äh, von, war 14? Nee, Quatsch, was rede ich denn? 12. 4, 8, 12. Von Mario Kart Wii. Bis demnächst.